geht weiter mit kardu und prolog ja ich habe noch mal im off geschaut woran es gelegen hat ich bin sogar sehr gespannt weil im off habe ich nämlich bei kardu und ich habe es mir nicht nehmen lassen ich habe zwar gesagt okay jetzt ist das zu ende komme irgendwie nicht weiter habe das auch ein bisschen analysiert und das habe ich so nicht stehen lassen wollen und dann habe ich ein bisschen geforscht und dann habe ich geforscht und dann kam plötzlich eine neue situation und dann habe ich diese situation natürlich sofort irgendwie abgebrochen um es halt eben live mit euch hier zu sehen oder abzuspielen nun ich denke du bist genau der richtige für meinen auftrag geh zu milan dem söldner bei galors haus er hat ein kleines buch über den gesang kardu und bring es mir ich habe sicher eine interessante belohnung für dich ich werde mal sehen was sich machen lässt was willst du anders machen als galor galor war ein faules schwein er saß einfach nur auf seinem zimmer und ließ sich bedienen ich werde ordnung in dieses tal bringen und die söldner mal zurecht stutzen hier macht doch jeder was er will lass uns losgehen gut aber denkt daran dass wir nicht wissen was uns da unten erwartet sei also vorsichtig bleibt am besten immer in meiner nähe